hallo liebe bastelfreunde heute ein kleines video wie ich diesen holzhocker gebaut habe aus zwei abfallstücke von brettern die haben eine länge von 30 cm die habe ich auf so wenn mein hocker jetzt auf dem kopf liegt in der mitte zusammen geleimt mit holzleim dann habe ich hier zwei leisten stücke auch alles reste rüber geklebt über nacht trocknen lassen dann habe ich diese stücke leiste 25 cm hier angeschraubt an den seiten habe noch mal von oben verschraubt und ganz zum schluss habe ich die bretter gebeizt und zwar dunkle nuss und rot gemischt so und wer sich das traut hat einen schönen deko hocker blumenhocker oder sonst was draufsetzen würde ich mich jetzt nicht aber zum dekorieren super macht's gut bis zum nächsten mal